Hallo und herzlich willkommen die Freunde zu einem wunderschönen neuen Real Life Opening. Wir öffnen heute ein Pre-Constructed Force of Will Deck und zwar Valentina Prinzessin der Liebe. Und ihr fragt euch jetzt ehrlich, hey Skrull, wie kommst du überhaupt darauf, Force of Will hier jetzt mal auf deinem Kanal zu zeigen? Und ich kann euch sagen, nein, es ist keine Werbung, nein, ich wurde nicht vom Producer angeschrieben. Es ist ganz einfach so gewesen, dass ein Freund von mir gesagt hat, hey Skrull, guck dir das doch einfach mal an. Wir haben jetzt schon so viele Kartenspiele gemeinsam gespielt, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Und dieses Spiel will die besten Sachen aus diesen einzelnen Spielen nehmen und sie vereinen. Da habe ich mir gedacht, hey, das klingt doch eigentlich mal ganz interessant, das gucke ich mir genau an. Hab mir dann hier vor ein paar Wochen dieses Pre-Constructed Tier gekauft. Ich weiß, das ist sogar noch älter als alt, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Aber es sollte eigentlich seine Dienste jetzt hier an dieser Stelle tun. Und wollte mir das einfach mit euch mal ein bisschen genauer anschauen. Wie ihr schon seht auf dem Frontcover, es kommt aus dem asiatischen Bereich, vermutlich aus Japan, zumindest steht das hinten drauf. Und ist wohl ein Wasserdeck, wie wir hier rechts lesen können. Gut, schauen wir uns also noch mal ganz kurz hier ein bisschen die Verpackung an. Denn es gibt hier einiges zu lesen. Zwar, was für Karten drin sind, wie oft sie drin sind, was für eine Ziffer sie haben und vor allen Dingen noch, was dieses Deck überhaupt ist. Entferne mit Zurückstecken die Karten deines Gegners und durchkreuze seine Pläne. Das klingt doch auf jeden Fall mal ziemlich kontrollig, finde ich ziemlich cool. Inhalt. Eine Herrscherkarte, ein vorkonstruiertes Spieldeck mit 40 Karten, ein Zaubersteindeck mit 10 Karten, eine Spielunterlage und zwei Spielanleitungen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Hier unten seht ihr auch noch mal ganz kurz die Website, falls ihr da mal vorbeigucken wollt und euch ein bisschen genauer informieren wollt über das Spiel. Es ist hergestellt in Japan und ein Alter für von 13 plus geeignet. So, ich werde das Ganze jetzt ganz kurz hier mal öffnen, dass ihr hier jetzt nicht so ein Gegruschel habt. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es dann offen ist. So, das ist also der komplette Inhalt der Box. Der Rest ist nur Pappe. Und wir schauen uns jetzt erstmal hier den rechten Stapel an und zwar die ganzen Anleitungen und ETC, weil da ist nämlich einiges drin. Wir haben hier so ein, ach du heiliger, so ein Auffalt-Ding. Ich werde das jetzt einfach mal, oh mein Gott, das ist halt übelst groß, Leute. Das ist halt richtig, richtig übel groß. Ein Auffalt-Ding, wo stehen die Spielvorbereitungen und, Alter geht es schwer zu falten, ey, holy. Ah, okay. Ein riesengroßes Ding, wo dran steht, was kannst du in der Hauptphase tun, Ablauf eines Spielzugs, Spielvorbereitungen und alles. Das ist wahrscheinlich so ein Quick... Ah ja, hier, der Schnelleinstieg steht sogar oben dran, so ein Quick... Quick-Play-Erklärung. Hier sehen wir dann nochmal, ich kann das mal ganz kurz hier umknicken, dass ihr es genauer seht. Hier seht ihr ungefähr, wie das Feld aufgebaut ist, die Spielzone. Wir haben hier oben ein Zauberstein-Deck, wir haben hier unten die Zauberstein-Zone, Herrscher-Zone, Vorbereitungszone, Spielfeld, Friedhof und Spiel-Deck. Und natürlich hier unten zu Beginn des Zuges, oder besser gesagt, wie der ganze Zug abläuft. Das kennt man ja aus verschiedenen anderen Spielen und zwar haben wir zuerst natürlich den Beginn des Zuges, dann die Ziehphase, in der wir eine Karte wohl ziehen dürfen, die Erholungsphase, die Hauptphase, dann die Kampfphase, geht wieder zurück in die Hauptphase und dann in die Endphase. So, was hier draufsteht, könnt ihr wahrscheinlich auch auf der Internetseite angucken, euch genauer. Und ja, wir gehen einfach mal direkt weiter zu den restlichen Sachen und zwar zur Spielanleitung. Das ist nämlich hier dieses kleine Papierding, was ich ehrlich gesagt sehr schön finde. Und was mir auch schon aufgefallen ist, dieses Zeichen hier kommt relativ oft tatsächlich vor. Ich habe ja die Packung hier schon aufgemacht und die Rückseiten der Karten sehen so aus. Und ich weiß nicht, wenn man es so ein bisschen spiegelt, sieht man das, dass da auch dieses, ich will nicht sagen, das umgedrehte Pentagramm. Ich glaube, wie heißt es nochmal? Der Drunenstern? War es irgendwie sowas? Auf jeden Fall so in die Richtung aussieht. Zur Spielanleitung, ja, wir werden sie uns auf jeden Fall nicht durchlesen, weil es wahrscheinlich ziemlich viel ist. Wir können mal hier ganz kurz reingucken, wenn wir es aufklappen. Oh gut, erstmal falschrum reingucken, so rum können wir reingucken. Ein Symbol, das in den Kosten einiger aktivierten Fähigkeiten zu finden ist. Das bedeutet, dass die Karte erschöpft werden muss, um diese Fähigkeit zu aktivieren. Erschöpft werden muss, wird hier mit Tappen gleichgesetzt. Also wer Magic gespielt hat oder sowas, der weiß, Tappen heißt die Karte vom vertikalen zum horizontalen Drehen. Dann haben wir Abwerfen, Aktivierte Fähigkeit, Anketten, ETC, ETC. Also wir haben hier sehr, sehr viele Sachen, die erklärt werden. Und ich glaube tatsächlich, dass das Spiel wahrscheinlich am besten während des Spieles zum Lernen ist. Also dass man es halt wirklich währenddessen halt testet und darauf rauskommt. Und dann haben wir hier noch natürlich unsere wunderschöne Spielmatte, die aber wahrscheinlich kein Mensch benutzt, weil das hat eigentlich noch nie jemand benutzt, irgendwie solche Spielmatten bei irgendwelchen Spielen. Außer man hat ganz, ganz neu damit angefangen. Also das ist ideal für mich. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Teil dieses Videos und zwar zu den Decks. Oder besser gesagt zu dem Deck. Wir fangen einfach mal an mit der Frontkarte und dabei handelt es sich ja, wie wir schon gesehen haben, um Valentina, die Prinzessin der Liebe. Und sie ist eine Herrscherkarte, eine der sieben Herrscher, so wie es aussieht. Ist auf Wasser basiert, möchte ich einfach mal sagen, und hat Urteil für zwei Wasser. Und für zwei Wasser kannst du auch, du kannst eine Wasserresonator mit Gesamtkosten von zwei oder weniger aus deiner Hand auf dein Spielfeld legen. Kleiner Fun-Text hier drunter, diese typischen Lore-Texte eigentlich, die man da immer mit drin hat. Sie ist die Herrscherin über die Stadt des Handels. Shangri-La, ihre, achso Shangri-La heißt die Stadt. Ihre grenzenlose Liebe gilt hübschen Dingen und dem Schicksal, und dem Schicksal. Letzteres führt sie auch, führt wohl auch Alice, also es tut mir leid, dass ich es gerade so stockend vorlese, aber es ist einfach so, dass die Karte für mich durch die Kamera lesen muss. Ah, ich müsste es so vorlesen, dann kann ich es nämlich auch richtig lesen. Letzteres führte wohl auch Alice zu ihr, und sie wollte sie unbedingt besitzen. Ah, okay, also wir haben hier auf jeden Fall in diesem Spiel eine etwas tiefere Lore, und was mir direkt aufgefallen ist, als ich diese Karte in die Hand genommen habe, ist erstmal, dass sie ziemlich dick ist, Leute. Also, insgesamt die Karten dieses Spiels sind relativ dick, oder zumindest vom Gefühl her finde ich sie echt dick. Sind auch nicht so biegsam wie die typischen Magic-Karten oder sowas. Und natürlich, diese Herrscherin hat noch eine andere Seite, und zwar ist es nämlich so, dass hier in Force of Will die Herrscher sich irgendwie flippen können. Fragt mich nicht wie, ich muss mir das erstmal genauer angucken. Aber wir haben hier Valentina, Herrscherin des Paradieses, und sie ist eine Vollstreckerin nun. Keine Herrscherin, sondern eine Vollstreckerin. Hat aber ATK, also Angriff 500, Defense auch 500. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, lege die oberste Karte deines Zaubersteindecks in deine Zaubersteinzone. Verhindere jeglichen Schaden, der dieser Karte in deinem Spielzug hinzugefügt würde. Das ist schon mal eine nicht schlechte Sache. Diese Karte erhält plus 100, plus 100 für jede Karte in deiner Hand. Alle, damit können wir die übel buffen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Karten man standardmäßig auf der Hand haben darf, da müsste ich mir das Ganze nochmal genauer durchlesen. Aber ich glaube, die könnte schon stark sein. Göttergabe, die Kette der Liebe. Für zwei Wasser und zwei generische, möchte ich das einfach mal nennen. Ich glaube, diese zwei ist wie bei Magic zu zählen, dass du es halt mit jeglichen Mana tappen kannst. Oder mit jeglichen Steinen tappen kannst, heißt das ja hier irgendwie. Übernimm die Kontrolle über eine Resonator deiner Wahl. Aktiviere Göttergabe, die Kette der Liebe, nur einmal pro Spiel. Nur einmal pro Spiel, okay. Alice, du wirst definitiv mir gehören. Uns hat das Schicksal zusammengeführt. Okay, sie wird also ein bisschen psycho, wenn sie hier Alice mitkriegt. Und geht hier wohl ein bisschen Enrage, möchte ich einfach mal sagen. Ja, schöne Karte. Ich mag auch das Artwork, ehrlich gesagt. Ich mag solche Flipkarten sowieso. Fand ich auch schon bei Magic ziemlich cool. Ähm, vom zeichnerischen Stil her, wie gesagt, sehr, sehr animelastig. Mag ich eigentlich. Es ist wirklich, wirklich schön verwirklicht, das Ganze. Ich finde den Hintergrund echt gut. Bei vielen Kartenspielen ist es ja teilweise so, dass der Hintergrund vernachlässigt wird. Wie zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Ähm, aber hier wird er halt mit reingepackt. Und was ich auch noch sehr, sehr schön finde, muss ich einfach sagen, dass die meisten Karten einfach in Full Art fast schon gehalten sind, wie wir hier jetzt sehen. Wir haben halt einfach eine Borderless-Karte. Finde ich eine coole Sache. Die kommt aber jetzt mal hier hoch und wir gehen weiter. Wir haben hier, ich werde jetzt einfach mal gucken, wie viele wir haben. Ja, wir haben vier Stück an der Zahl. Und dabei handelt es sich um die erste wohl scheinbar normale Karte. Und zwar Alice's Kleiner Kundschafter. Äh, wir haben hier oben, ich glaube mal, es sind Mana-Kosten, möchte ich einfach mal behaupten. Und zwar kostet sie ein blaues Mana und ist ein Resonator-Soldat. Das bedeutet also, Resonatoren sind hier so mehr oder weniger die Minions, die Kreaturen. Wenn diese Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt wird, ziehe eine Karte. Wir haben also hier einen Draw-Effekt, der natürlich auch unseren Herrscher wieder verstärkt, oder besser gesagt unseren Urteiler. Ne, wie hieß es nochmal? Ne, Urteil war das vorne. Unseren Vollstrecke hier verstärkt. Ähm, was ja ganz angenehm ist, wenn wir zusätzliche Karten haben. Anstats hat sie 200-200 und ist, wie wir unten rechts auch sehen, eine Wasserkreatur. Ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Lore-Text durchlesen. Ihr könnt ihn euch selber wieder durchlesen, wenn ihr wollt, und das Video einfach stoppen. Sehr schön. Das war also unser erstes Minion, das wir hier mit am Start haben. Schauen wir mal, was wir hier noch weiter haben. Wir haben hier jetzt noch eine einzelne Karte, und zwar sieht das hier nicht nach einem Minion aus. Ich denke, diese Karten sind wirklich, ähm, also sind nicht sortiert, was ich ein bisschen seltsam finde, aber... Ja, es soll jedes Spiel machen, wie sie es wollen. Liebreiz der Prinzessin. Für zwei blaue, zwei Wasser, wie auch immer man das Ganze nennt, und X. Übernimm die Kontrolle über einen Resonator deiner Wahl mit Gesamtkosten von X oder weniger. Wir haben hier also einen Mind-Control auf diese Karte drauf, das führt zwei, und sagen wir mal, wenn wir jetzt einfach mal von diesem Resonator hier ausgehen, müssten wir dann nochmal ein extra zahlen, um die Kontrolle über ihn zu übernehmen. Ich muss einfach sagen, dass diese Karte für mich ziemlich, ziemlich strong erscheint, einfach weil wir dauerhafte Kontrolle wohl über den Resonator haben, und das ist schon ziemlich insane. Ich sehe gerade hier unten steht auch noch Zauber-Doppelpunkt-Spruch drauf. Das bedeutet also, wir haben hier vielleicht auch noch gewisse Geschwindigkeiten in den Zaubern drin. Werde ich mir mal auch noch genaue Informationen besorgen, ob das so ist. Vielleicht habe ich ja das Glück, und ich werde meinen Kumpel dazu überreden können, dass wir das Spiel mal zusammen spielen, wenn ich dieses Deck schon mache. Eureal, dunkles Auge der Blindheit, hat er diesen Namen. Sie kostet ein Wasser, ein Wassermana und zwei Generische. Ist auch eine Resonator, aber eine Gorgon, also hier Schlangenmensch. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, erschöpfe einen Resonator deiner Wahl, er erholt sich während der Erholungsphase nicht, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt. Eine Gorgone deiner Wahl erhält plus 200, plus 0 bis zum Ende des Spielzugs. Aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Spielzug. Ich muss sagen, diese Karte gefällt mir schon sehr, sehr gut. Man sieht hier den kontrolligen Aspekt, den dieses Deck einfach spielen möchte. Wir hauen sie raus, wir tappen eine gegnerische, oder wir erschöpfen, heißt es ja hier, eine gegnerische Kreatur. Und sie wird nicht, sie erholt sich nicht, bis diese Gorgone wieder das Spielfeld verlässt. Wir können natürlich auch mehrere davon aufs Board bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob da nur eine, solange diese Karte, ja okay, es zählt wirklich nur, solange die ausgespielte Karte auf dem Board liegt, solange wird sie nicht erholt. Zusätzlich finde ich die Ability, dass man ihr 200 mehr Attack geben kann, sehr, sehr stark. Besonders eine Gorgone deiner Wahl. Das bedeutet also, man kann sie auch selber targeten und dann für 800 angreifen. Sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Man merkt hier auf jeden Fall den starken Control-Effekt einfach auch durch diese Tab-Ability. Das heißt also, wir wollen Karten ziehen, wir wollen unseren Gegner, wie schon auf der Rückseite der Pappbox beschrieben, einfach hart kontrollieren. Dann haben wir hier noch einmal, oder besser gesagt zweimal, ich nehme jetzt hier nicht immer alle Karten, sondern ne, es ist sogar viermal, Leute. Ganze viermal haben wir die Weissagung. Hier sind die restlichen drei. Weissagung kostet zwei Wasser und heißt einfach zu je zwei Karten. Ja, actually der klassische Draw-Spell, der eigentlich in jedem blauen Deck vorhanden sein muss, auch gerade in Hinsicht auf Magic. Da hat man sowas auch immer mit blauen Karten drin, aber Weissagung für zwei Mana finde ich absolut insane. Zusätzlich haben wir auch noch hier diesen kleinen Zusatz, dass es Zauber-Spruch wieder ist. Gut, dann haben wir eine weitere Kreatur und zwar viermal auch an der Zahl, wieder mit einem sehr, sehr schönen Artwork, wie ich sagen möchte. Und zwar haben wir hier Medusa, wieder eine Gorgone, totes Auge der Versteinerung für ein blaues und zwei generisches. Er ist wieder ein Resonator. Immer wenn diese Karte einen Resonator blockt oder von einem Resonator geblockt wird, lege den Resonator unter das Spieldeck des Besitzers. Holy shit. Das ist halt insane. Stell dich einfach mal vor, egal ob sie stirbt oder sonst was, egal, wenn sie hauptsache sie blockt, dann wird einfach die Kreatur unter das Deck des Gegners wieder geschaffelt. Oder besser gesagt runtergelegt. Damit könnt ihr die fettesten Combo-Minions einfach entsorgen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Karte. Zusätzlich hat sie wieder ein blaues Gorgonen, die du kontrollierst, erhalten plus 200, plus 200 bis zum Ende des Spielzugs. Aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Spielzug. Nette Karte finde ich wirklich, wirklich stark. Also ich weiß, ich habe jetzt hier nicht den direkten Vergleich zu irgendwie den anderen Decks. Wahrscheinlich gibt es ja noch tausendmal stärkere Decks in Hinsicht auf Force of Will. Aber ich finde sie persönlich einfach jetzt als Einsteiger extrem gut, Leute. Extrem gut. Also dieses Gorgonen-Theme mit dem Ziehen und Tappen und Zurückschaffeln finde ich ziemlich geil. Dann haben wir hier eine weitere Sache. Sie ist natürlich wieder eine Resonator-Kreatur oder wie gesagt Gorgone gewesen. Aber hier haben wir noch was ganz anderes und zwar Shangri-La, Paradies im Ozean. Das ist ja die Stadt, über die unsere gute Valentina hier herrscht. Für ein Wasser und ein Generisches, wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, ziehe eine Karte. Kleiner Draw-Effekt, ist schön, für zwei Mahler ist jetzt nicht so optimal. Wasserresonatoren, die du kontrollierst, erhalten plus 1 bis 1. Das macht die ganze Karte schon um einiges stärker, weil wir damit unser komplettes Deck eigentlich verstärken, möchte ich einfach mal sagen. Und solange du mindestens 5 Handkarten hast, erhalten Wasserresonatoren, die du kontrollierst, plus 100, plus 100. Also nochmal zusätzlich 100. Dadurch, dass wir viele Draw-Spells in unserem Deck haben oder zumindest einige Draw-Spells mit am Start haben, sieht das so aus, als ob wir meistens mehr als 5 Handkarten besitzen. Und dadurch kriegen unsere Wasserresonatoren als immer standardmäßig, solange ein Shangri-La-Paradieser im Ozean auf dem Spielfeld liegt, plus 200, plus 200. Das ist schon ganz schön krass, Leute. Ich finde diese Karte echt stark. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, genau. Haben wir hier auch einige Male im Deck drin. Ich glaube, hier ist auch wirklich so die Begrenzung bei 4 gezogen, was so an die klassische Magic natürlich auch erinnert. Gut, was haben wir dann noch? Dann haben wir nochmal 4. Oh, da ist mir gerade eine Karte-Runde geflogen. Die muss ich jetzt gleich noch aufheben. Sekunde, schnell. Die Zofe der Meeresdame. Auch für ein Blaues und ein Generisches. Mensch, Resonator, also mal kein Gorgon. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, ziehe eine Karte. Also, ein reiner Draw-Minion möchte ich sie jetzt einfach mal nennen. Zusätzlich wird sie ja durch Shangri-La gebuft. Das ist auf jeden Fall eine starke Sache. Haben wir auch 4 Mal hier im Deck drin. Finde ich sehr, sehr gut. Ihr merkt also, dieses Deck, dieses Pre-Constructed ist schon sehr, sehr in sich schlüssig. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier runter gehen. Ohne die Kamera. Und die Karte holen. Und jetzt hoffen, dass ich nicht gegen die Kamera stoße, wenn ich wieder hochkomme. Ja, sieht aber alles gut aus. Okay. Die nächste Karte finde ich sehr interessant, denn ihre Mana-Kosten betragen einfach mal Zero. Und ich weiß nicht, was ich von solchen Karten erhalten soll, die Null-Mana-Kosten. Weil sie können overpowered sein oder alternativ aber richtig, richtig schlecht. Wir haben hier Gleipnir roter Schicksalsfaden für Null. Immer wenn dein Vollstrecker deinem Gegner oder einem Vollstrecker Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Das heißt also, wenn unsere Valentina geflippt ist und zur Herrscherin des Paradieses wird und damit dem Gegner oder dem Vollstrecker des Gegners Damage macht, ziehen wir eine Karte. Wir können aber auch tappen, also sie erschöpfen, ein Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert erhält. Diese Karte muss in diesem Spielzug blocken, falls möglich. Das heißt also, wir können damit kontrollieren, ob eine gewisse Kreatur, eine von uns natürlich deutlich stärkere Kreatur, blocken muss. Das ist übelst insane, weil ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wie viel wir da einfach anrichten können. Der Gegner spielt auch wieder ein Combo-Piece raus. Der Gegner spielt irgendwas in Richtung, dass er später buffen will. Irgendwas, was er halt gebrauchen kann raus. Vielleicht gibt es auch in diesem Spiel Ramp. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber dann können wir diese Kreaturen dazu zwingen. Eine von uns angreifende Kreatur zu blocken. Falls dein Herrscher Valentina Prinzessin der Liebe ist oder dein Vollstrecker Valentina Herrscherin des Paradies ist, erhole den Vollstrecker oder Resonator. Oh mein Gott, das ist halt übel. Krass. Wir tappen das hier. Wie ist das Erschöpfen gemeint? Wird das Erschöpfen auf einen Resonator gewirkt? Das muss ich mir mal noch genauer angucken. Sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Immer wenn ein Vollstrecker da im Gegner. Ein Vollstrecker. Oder Resonator deiner Wahl. Dein Gegenkontrolliert. Ich glaube tatsächlich, wir müssen es so mehr oder weniger equippen. Das ist halt eine Insigne hier an dieser Stelle. Und dann den Resonator oder sowas erschöpfen. Und dann besser gesagt. Und dann, wenn wir Valentina halt haben, wird sie wieder erholt. Dann haben wir hier noch eine zusätzliche Ability auf dieser Karte. Und zwar wirf eine andere Gleibnir-Rote-Schicksalsfaden-Karte ab. Ziehe eine Karte. Das ist schön. Damit kann man sich extra Card-Draw mit ranholen. Man kann ein bisschen cygeln. Man wirft diese Karte hier ab, weil man sie vielleicht schon einmal equippt hat oder sowas. Oder zweimal. Vielleicht kann man Insigne nur einmal equippen. Und kann daraufhin dann eine vielleicht bessere, brauchbarere Karte ziehen. So, die nächste Karte. Ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr viele Kreaturen und Zeug im Deck. Sondern wir kommen gleich auch zu dem Spielstein. Die nächste Karte ist... Zurückschicken. Für ein blaues... Gib ein... Moment, ich muss das jetzt hier. Das ist so klein geschrieben hier. Gib einen Zusatz. Gib einen Zusatz, einen Resonator oder ein... Achso, einen Zusatz. Das ist nochmal was Extras. Okay, gib einen Zusatz, einen Resonator oder eine Insigne deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurück. Interessante Karte, weil hier nicht gesagt wird, für wen das gilt. Das heißt also, ihr könnt auch eure eigenen Kreaturen oder besser gesagt Resonatoren euch wieder zurück auf die Hand geben. Um damit vielleicht nochmal einen Enter the Battlefield Trigger oder besser gesagt hier eine kleine Draw Engine auszulösen. Einen Tab Engine oder sowas hier rauszuhauen. Wir haben ja da die Gorgons, wir haben ja den Card Draw auf den verschiedenen Minions. Ich denke, dass es wirklich schön ist, auf die eigenen Kreaturen zu spielen. Aber wie gesagt, auch alternativ natürlich auf die gegnerischen Kreaturen. Ich weiß nicht, in welche Geschwindigkeit diese Zaubersprüche oder Zauberspruch hier wirken. Aber sowas ist immer extrem gut, wenn man dem Gegner einfach eine Kreatur, die er jetzt gerade benötigt, um anzugreifen, um irgendwie euch vielleicht Schaden zuzufügen, einfach zurück auf die Hand geben kann. Weiter geht es mit einer 2 Mana Karte und zwar 2 Wasser oder 2 Blau oder wie man es auch nennt. Den Invasionstrupp der Oberherrin. Soldat und diese Karte erhält plus 100, plus 100 für jeden Wasserzauberstein, den du kontrollierst. Dadurch, dass das Deck Mono Wasser ist, würde ich mal behaupten, das werden viele sein. Wir haben ja 10 Stück in unserem Deck drin, wenn ich das richtig weiß, in unserem Zaubersteindeck. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war das, was hinten drauf auf der Verpackung stand. Und damit wird diese Kreatur, dieser Resonator natürlich, wenn wir da irgendwie 4 oder 5 Stück draußen haben, zu einer 700er, 800er oder so ähnlich. Haben wir auch 4 mal, wenn ich es richtig weiß, hier im Deck drin. Dann kommen wir zur letzten Karte und zwar zu einem weiteren Spruch sofort. Und das ist eine sehr, sehr interessante Sache, denn das bedeutet, wir können die anderen Zaubersprüche nicht instant casten. Das heißt nicht als Reaktionszauberspielen, sondern als normale Zaubersprüche nur spielen. Gedankenmauer für ein blaues. Ein Resonator deiner Wahl erhält minus 800 Strich 0 oder plus 0, plus 800 bis zum Ende des Spielzuges. Und das ist tatsächlich so eine Fähigkeit, die wir benötigen, um gegnerische Kreaturen aus dem Game rauszunehmen oder unsere Kreaturen überleben zu lassen. Sagen wir einfach mal, der Gegner, sagen wir, gehen wir einfach mal davon aus, wir haben hier sie auf dem Board liegen und der Gegner greift uns jetzt an mit einer fetteren Kreatur, die vielleicht 800, 800, 300 hat. Dann können wir sehr, sehr gut die Gedankenmauer spielen, solange wir natürlich noch einen offenen blauen Mana Stein haben, einen Wasserzauberstein haben. Dann geben dieser Kreatur, äh, geben der gegnerischen Kreatur minus 800 Damage, also minus 800 Attack und damit wird sie zu einer 0, 300er. Wir hauen also unseren Dude hier rein und er stirbt. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Klar, alternativ kann man auch noch der eigenen Karte dann, ähm, plus 0, plus 800 geben. Vielleicht ist es auch irgendwie wichtig, aber jetzt nicht in diesem Moment. So, das war also das Deck, äh, das 40-Karten-Deck ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, es, auch wenn ich jetzt hier keine Ahnung habe, von was ich will, finde ich einfach, dass es gut synergiert. Die Karten sind aufeinander aufgebaut. Ich muss ja sagen, dadurch, dass ich sehr, sehr viel, ähm, Erfahrung hab halt in, oder was heißt sehr, sehr viel Erfahrung, da ich halt Ewigkeiten schon Kartenspiele spiele, muss ich halt einfach sagen, dieses Deck ist rund. Und zwar, es hat ein, es hat ein Thema, es spielt um dieses Thema drumrum und hat auch wirklich starke Karten, meiner Meinung nach, hier drin. Natürlich ist hier der Vergleich mit Magic gegeben, Leute, also entschuldigt das bitte, wenn ihr jetzt sagt, hey, ihr seid Force of Will-Spieler, die schon seit 100 Jahren spielen oder so, und, ähm, ihr sagt einfach, das sind übelst die schlechten Karten, es gibt tausendmal bessere, dann bedenkt bitte, das ist mein Ersteindruck hier von diesem Spiel. Und deswegen finde ich die Karten stark, ich muss einfach sagen, es geht einfach rund um das Thema, ähm, ziehen, tappen, ähm, bouncen, alles mögliche, um dem Gegner dann schlussendlich Schaden zu, äh, Schaden zu machen über unsere Kreaturen. Gut, gucken wir uns aber jetzt auch noch die letzten Karten an, denn es gibt noch ein Zaubersteindeck. Das besteht aus einem, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn blauen Wasser-Zaubersteinen, die wohl hier als Mana-Erzeugnis genutzt werden. Ähm, wie das Ganze jetzt gespielt wird, werde ich mir mal noch genauer angucken, wenn ihr da Bock drauf habt, sagt mir da auf jeden Fall Bescheid. Ich werde mir die Anleitung jetzt mal gleich noch durchlesen, ähm, werde aber hier in dem Video keinen extra, ähm, Spielguide dazu machen, sondern einfach, dass ich es halt weiß, wie das Ganze funktioniert, dass ich, wie gesagt, vielleicht mal hier an dieser Stelle gegen meinen Kumpel spielen kann. Vielleicht gibt er mir auch irgendwie, der hat sicherlich noch irgendwo einen Booster oder so rumliegen, vielleicht können wir da noch ein kleines Pack-Opening machen oder sowas an dieser Stelle. Äh, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu solchen, äh, zu solchen Pack-Openings, zu solchen neuen Spielen in die Kommentare rein. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn ihr Bock drauf habt und wirklich einige sagen, hey, Scroll, ähm, erklär uns doch einfach mal, wie das Spiel funktioniert in so einem 5-Minuten-Video oder sowas, werde ich das auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne tun, wenn ihr das wirklich wollt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, diese, diese alternative Art einfach mal in ein Spiel reinzugucken. Einfach mal in ein Spiel einzusteigen. Und, ja, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen da, schreibt gerne was in die Kommentare. Schreibt mir zu dem Spiel, was ihr gerne schreiben wollt. Zum Beispiel, ob euch das Artwork gefällt, ob euch diese, dieses, ähm, diese Mana-Kristallmäßige, diese Wasser-Kristallmäßige gefällt. Das ist dann so ein bisschen die Anlehnung an Magic oder sowas. Was ihr da einfach für Vergleiche ziehen könnt. So, das war's aber dann auch. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Türelü.